Hallo, herzlich willkommen bei Elon in Kraftfahrzeugtechnik. Heute wollen wir mal ein Peugeot E208 spannungsfrei schalten. Also ein weiteres Video zur Elektromobilität. Als allererstes, wenn wir das Fahrzeug in die Werkstatt gefahren haben, müssen wir das Fahrzeug natürlich erstmal als Hochvoltfahrzeug kennzeichnen. Dann nehmen wir hier gleich den Schlüssel aus dem Fahrzeug heraus und kennzeichnen das Fahrzeug, dass das Hochvoltsystem noch aktiv ist. Den Schlüssel bewahren wir gegen den Zugriff unbefugter geschützt auf, beispielsweise wie hier in meiner Jackentasche. Im nächsten Schritt grenzen wir dann das Fahrzeug vom restlichen Werkstattbereich ab, sodass keine unbefugten Personen in den Gefahrenbereich oder in den Gefährdungsbereich eintreten können. Das Absperrband muss nicht zwingend schwarz-gelb sein, das kann auch rot-weiß sein. Hauptsache wir grenzen das Fahrzeug vom restlichen Werkstattbereich ab. Ja, im nächsten Schritt öffnen wir die Motorhaube und schauen dann mal hier unter die Motorhaube auf unser Hochvoltsystem und müssen dann als nächstes den Niedervolt-Wartungs-Disconnect-Stecker trennen. Das ist der Wartungs-Disconnect-Stecker, mit dem heutzutage die meisten Fahrzeuge ausgestattet sind. Das heißt, es werden immer weniger Hochvolt-Wartungs-Disconnect-Stecker in der Hochvolt-Batterie verbaut, sondern man verwendet immer mehr Niedervolt-Wartungs-Disconnect-Stecker, die letztendlich einmal die Pilotlinie und einmal die Spannungsversorgung für das Hochvoltsteuergerät trennen. Dann müssen wir den Niedervolt-Wartungs-Disconnect-Stecker gegen wieder einschalten sichern. Das machen wir hier mit so einem Vorhängeschloss und den Schlüssel von dem Vorhängeschloss, den müssen wir natürlich auch gegen den Zugriff unbefugter geschützt aufbewahren. Im nächsten Schritt sollen wir hier den Pluspol der Batterie lösen. Das ist hier einfach so ein Klickverschluss und dann hat man den Pluspol schon ab. Normalerweise löst man erstmal den Minuspol der Batterie, bevor man dann den Pluspol löst. Da hier aber nicht geschraubt werden muss, sondern nur dieser Hebel hochgehoben werden muss, ist es nicht so relevant. Wir sollen dann die Spannung zwischen dem Pluspol der Batterie und der Fahrzeugkarosserie messen und die sollte annähernd 0 Volt betragen. Und dann sollen wir im nächsten Schritt das Plusanschlusskabel, was an den Pluspol der Batterie geht, mit einem vom Peugeot vorgegebenen Spezialwerkzeug-Isolierbeutel isolieren. Da ich diesen nicht habe, nehme ich hier ganz einfach mal einen Hochvolt-Handschuh, stülpe den über die Anschlussleitung und sichere den nochmal mit einem Kabelband, sodass dieser Handschuh auch nicht versehentlich von der Leitung abfallen kann. So, dann müssen wir zunächst erst einmal das Fahrzeug auf der Hebebühne anheben, sodass wir dann den Unterfahrschutz demontieren können und dass wir dann in den Bereich der Hochvolt-Antriebsbatterie kommen, um dort die Verbindungsleitungen HV Plus und HV Minus, die von der Hochvolt-Antriebsbatterie zur Leistungselektronik gehen, dann trennen können. Bevor wir jedoch die Hochvolt-Leitung trennen dürfen, müssen wir zunächst erst einmal unsere HV-Isolationshandschuhe prüfen, auf Verwendungstauglichkeit. Und dazu nehme ich hier einfach mal den Handschuh, rolle ihn zusammen und kontrolliere dann, ob dieser Handschuh wirklich dicht ist oder ob dort Luft entweicht. Das geht im Gesicht am besten, weil die Gesichtshaut da diesbezüglich am empfindlichsten ist. Und dann kontrollieren wir natürlich den Handschuh auch nochmal so auf Beschädigung, das heißt also, ob der Handschuh irgendwelche Beschädigungen aufweist. Das gleiche wiederholen wir natürlich mit dem zweiten Handschuh, denn wir müssen natürlich beide Handschuhe tragen, wenn wir dann die Hochvolt-Leitung trennen bzw. auch die Spannungsfreiheit des Hochvolt-Systems feststellen wollen. Solange wir noch nicht wissen, dass das Hochvolt-System spannungsfrei ist, müssen wir die VDE-geprüften Schutzhandschuhe tragen. So, jetzt müssen wir den Stecker an der Antriebsbatterie von HV Plus und HV Minus lösen, sodass wir also die Antriebsbatterie von dem Hochvolt-System, von der Leistungselektronik trennen. Dann müssen wir hier den Bereich der Antriebsbatterie, den Eingang der Antriebsbatterie erstmal mit einer Isoliermatte verschließen, weil wir nicht wissen, ob aus der Antriebsbatterie eventuell noch eine Spannung anliegt. Dann lösen wir den DC-Schnelllader am Schluss im hinteren Bereich der Antriebsbatterie. Dazu müssen wir hier einen blauen Verriegungshebel nach rechts drücken. Dann können wir das orange Gehäuse ein Stück weit runterziehen. Und dann müssen wir in Fahrtrichtung links noch einen kleinen orangen Clip reindrücken, um dann letztendlich das orange Gehäuse ganz runterziehen zu können. Um dann letztendlich auch den Stecker für die DC-Schnellladung im hinteren Bereich der Antriebsbatterie dann von der Antriebsbatterie abziehen zu können. Auch hier müssen wir dann zunächst erst einmal einen Isolationsschutz anbringen, weil wir wissen nicht, ob die Hochvoltschütze innerhalb der Hochvoltbatterie tatsächlich geöffnet haben. Und bevor wir die Spannungsfreiheit nicht festgestellt haben, müssen wir das Ganze hier mit so einer Gummimatte gegen Berührung sichern, gegen Berührung isolieren. Ja, dann müssen wir unser Hochvoltmessgerät nehmen und müssen natürlich erst einmal unser Hochvoltmessgerät überprüfen, ob hier die Funktion des Hochvoltmessgerätes auch gegeben ist. Wir kriegen hier bei dem AVL-HV-Safety erstmal nochmal Hinweise für den Umgang bzw. für die Bedienung und für die Reparatur von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Wir können dann hier die Fahrzeugdaten eingeben oder aus der Datenbank übernehmen und müssen dann einen Funktionstest unseres Hochvoltmessgerätes durchführen. Wenn der Funktionstest bestanden ist, können wir dann mit dem Feststellen der Spannungsfreiheit beginnen. So, dann müssen wir zunächst einmal die Spannungsfreiheit vom Ausgang des Hochvoltraktionsenergiespeichers in Richtung Leistungselektronik messen, da hier noch ein Kondensator verbaut ist, der bei einer Fehlfunktion noch geladen sein könnte. Bei der Messung stellen wir fest, wir haben hier ein Messergebnis von 0 Volt und dementsprechend haben wir diesen Bereich schon mal als spannungsfrei festgestellt. Im nächsten Schritt messen wir am DC-Schnellladeanschluss im hälteren Bereich der Hochvoltbatterie, also auch wieder in Richtung Hochvolttraktionsenergiespeicher und schauen, ob auch hier keine Spannung mehr anliegt. Wenn wir auch hier eine Spannung von 0 Volt messen, können wir uns sicher sein, dass die Hochvolt-DC-Schnellladeschütze in der Hochvoltbatterie geöffnet haben. So, dann geht es vorne im Motorraum weiter. Dort trennen wir zunächst erst einmal die Komponente Hochvolt-Zimmerkompressor von der Hochspannungsverteilung. Das heißt, wir haben hier einen Steckkontakt, da müssen wir einmal einen roten Clip rausziehen, eine gelbe Spange reindrücken, dann können wir den 5 mm runterziehen und dann haben wir einen weiteren Clip, den wir reindrücken müssen, um dann das Kabel ganz runterzuziehen. Im ersten Schritt haben wir die Pilotlinie getrennt, so dass, falls das Hochvoltsystem nicht spannungsfrei sein sollte, es im zweiten Schritt dann beim Trennen der Hochvoltkontakte auf jeden Fall spannungsfrei sein sollte. So, dann müssen wir hier nicht so ganz so schön in die Hochvoltkontakte der Hochvoltleitung hinein messen, Richtung Klimakompressor und müssen auch hier schauen, ob der Hochvoltklimakompressor spannungsfrei ist. Dann trennen wir die Komponente Hochvoltheizung von der Hochspannungsverteilung. Auch hier genau die gleiche Art des Steckkontaktes, erst geht er 5 mm runter und dann können wir die Hochvoltkontakte trennen und müssen dann jetzt auch hier hinein messen, ob die Hochvoltheizung spannungsfrei ist. Dann wird das Hochvoltladegerät, der Hochvoltladewandler, von der Hochspannungsverteilung getrennt und dann muss auch hier natürlich die Spannungsfreiheit festgestellt werden. Zu guter Letzt müssen wir dann in die Hochvoltbatterie hinein messen, das heißt also in die Hochvoltbatterie hinein die Spannungsfreiheit feststellen. Dazu brauchen wir ein Ersatzkabel und da gibt es ganz einfach von Peugeot das Kabel mit der Ersatzteilnummer, was zur Leistungselektronik geht und dieses Kabel würde man sich bestellen und würde dann an dieses Kabel am Hochvolttraktionsenergiespeicher anschließen und dann in den Hochvolttraktionsenergiespeicher hinein messen, ob die Schütze des Hochvolttraktionsenergiespeichers auch tatsächlich geöffnet haben. Wenn man dieses Kabel nicht hat, könnte man das Kabel jetzt an der Hochvoltleistungselektronik demontieren, um diese Messung in die Hochvoltbatterie hinein durchzuführen, wobei der Aufwand dafür relativ hoch ist. Ja, zu guter Letzt müssen wir das Hochvoltsystem dann noch als spannungsfrei kennzeichnen, das heißt wir entfernen jetzt hier das Schild, dass das Hochvoltsystem unter Spannung steht und tauschen jetzt gegen das Schild, dass das Hochvoltsystem spannungsfrei geschaltet ist, aus. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über den Daumen hoch sehr freuen. Ihr dürft natürlich auch gerne mein Video teilen und weiterempfehlen. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Facebook oder auf Instagram unter eLearning-Kraftfahrzeugtechnik folgen. Bis zum nächsten Video. Ciao.